Wie bei Hempels unterm Sofa Aber was bedeutet das eigentlich? Diese humorvolle Redewendung stammt aus dem 19. Jahrhundert und beschreibt eine Situation, die besonders chaotisch, unordentlich oder überfüllt ist. Die Redewendung geht auf eine alte Anekdote zurück, in der Familie Hempel angeblich so viel Unordnung in ihrem Haus hatte, dass sogar unter dem Sofa keine Ordnung herrschte. Seitdem wird wie bei Hempels unterm Sofa verwendet, um eine ähnlich chaotische Situation zu beschreiben. Also, wenn jemand sagt, dass es bei ihm wie bei Hempels unterm Sofa aussieht, weißt du jetzt, was gemeint ist. Durch den Wind sein! Diese Redewendung wird verwendet, um auszudrücken, dass jemand verwirrt oder abgelenkt ist. Die Herkunft dieser Redewendung ist interessant. Sie geht zurück auf die Segelschifffahrt im 19. Jahrhundert. Damals war es gefährlich, wenn ein Segelschiff durch den Wind war, weil es dann manövrierunfähig wurde und in Seenot geraten konnte. In übertragenem Sinne bedeutet, durch den Wind sein also, dass man sich in einem Zustand der Verwirrung oder Unruhe befindet, ähnlich wie ein Segelschiff, das seine Orientierung verloren hat. Auf dem Holzweg sein! Diese Redewendung wird verwendet, um auszudrücken, dass jemand einen Irrtum begeht oder sich in der Einschätzung einer Situation täuscht. Die Herkunft dieser Redewendung ist faszinierend. Sie stammt aus der Forstwirtschaft, wo der Holzweg ein Weg war, der von Holzfällern verwendet wurde, um Bäume zu fällen. Wenn jemand auf dem Holzweg war, betrat er also einen Weg, der nicht zum gewünschten Ziel führte. In übertragenem Sinne bedeutet die Redewendung also, dass man sich in einer Sackgasse oder in einer falschen Richtung befindet. Alle Hebel in Bewegung setzen. Diese Redewendung wird verwendet, um auszudrücken, dass man alle verfügbaren Mittel und Möglichkeiten nutzt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Die Herkunft dieser Redewendung ist bildhaft. Sie stammt aus der Mechanik, wo man durch das Bewegen von Hebeln eine große Kraft erzeugen kann. Wenn man alle Hebel in Bewegung setzt, mobilisiert man also alle verfügbaren Ressourcen und Anstrengungen, um etwas zu erreichen. Ins schwarze Treffen Diese Redewendung wird verwendet, um auszudrücken, dass man etwas genau richtig gemacht hat oder dass man sein Ziel sehr präzise erreicht hat. Die Herkunft dieser Redewendung geht auf den Bogensport zurück, wo es darum geht, einen Pfeil ins Zentrum einer Zielscheibe zu treffen, das schwarze. Wenn man ins schwarze trifft, erreicht man also sein Ziel genau dort, wo man es haben wollte. Durch die Blume sagen Diese Redewendung wird verwendet, um auszudrücken, dass jemand eine Nachricht indirekt oder subtil vermittelt, oft um etwas Unangenehmes zu sagen, ohne direkt zu beleidigen oder zu verletzen. Die Herkunft dieser Redewendung ist nicht eindeutig geklärt, aber sie könnte auf die Praxis zurückgehen, Nachrichten oder Botschaften in Blumensprache zu übermitteln, wo bestimmte Blumen bestimmte Bedeutungen tragen. Also, wenn dir mal jemand sagt, dass er etwas durch die Blume sagt, weißt du jetzt, was gemeint ist. Da liegt der Hase im Pfeffer. Diese Redewendung wird verwendet, um auszudrücken, dass man den wahren Grund oder das eigentliche Problem hinter einer Situation entdeckt hat. Die Herkunft dieser Redewendung ist interessant. Sie stammt aus der Küchensprache des Mittelalters, wo das teure Gewürzpfeffer oft mit Schwarzpfefferkörnern gestreckt wurde. Wenn man also den Hasen im Pfeffer fand, hatte man entdeckt, dass etwas nicht ganz stimmt oder dass etwas verdorben wurde. Den Nagel auf den Kopf treffen. Diese Redewendung wird verwendet, um auszudrücken, dass jemand genau das Richtige sagt oder tut, um ein Problem auf den Punkt zu bringen oder eine Situation treffend zu beschreiben. Die Herkunft dieser Redewendung stammt aus dem Handwerk, wo ein Zimmermann den Nagel genau auf den Kopf treffen muss, um ihn richtig einzuschlagen. Wenn also jemand den Nagel auf den Kopf trifft, bedeutet das, dass er genau das Richtige sagt oder tut, um das Problem zu lösen. Das ist ein alter Hut. Diese Redewendung wird verwendet, um auszudrücken, dass etwas altmodisch oder längst bekannt ist. Die Herkunft dieser Redewendung geht auf die Mode zurück, wo ein Hut, der bereits lange getragen wurde, als altmodisch angesehen wurde. Wenn also etwas ein alter Hut ist, bedeutet das, dass es nichts Neues oder Aufregendes mehr ist. Das ist Schnee von gestern. Bedeutet, dass etwas bereits vergangen und nicht mehr wichtig oder relevant ist. Sie stammt aus einer Zeit, als Zeitungen täglich gedruckt wurden und das Wetter von gestern im Schneebericht stand. Da das Wetter von gestern für die Planung des aktuellen Tages nicht mehr relevant war, wurde es als unwichtig betrachtet. Also, wenn jemand sagt, das ist Schnee von gestern, bedeutet das, dass es bereits vorbei ist und keine Rolle mehr spielt. Du möchtest mehr solcher Videos sehen? Dann abonniere diesen Kanal!